Moin Leute, heute muss ich mich bei euch entschuldigen und zwar geht es um unser PV-Tool. Damit könnt ihr eure PV-Erträge abschätzen, die optimale Akkugröße für euer System ermitteln und einfach checken, wann sich so eine PV-Anlage eigentlich amortisiert. Mit und ohne Akku, was ist der beste Akku und so weiter. So, das Tool ist komplett kostenlos oder besser gesagt, die Kosten dafür trage ich und es ist auch Open Source, zumindest für Leute, die mithelfen möchten und aktiv fragen. Jetzt gab es aber Kritik an den Ergebnissen unseres PV-Tools, da es zum Beispiel zum Steckersolar-Rechner der HTW größere Abweichungen gab. Bei großen Anlagen, wie zum Beispiel meiner eigenen, sind aber die Ergebnisse extrem gut. Also scheinbar ist das Problem nur bei kleinen Anlagen. Also, was zum Geier ist da eigentlich los? Das klingt verrückt, aber wir kannten das Problem bereits, haben es aber bisher falsch eingeschätzt und auch die Lösung war saukompliziert, denn ich musste über 60 Millionen Datensätze auswerten. Dazu aber gleich mehr. Was genau los war, wie wir das jetzt lösen können, wo wir eigentlich aktuell damit stehen und auch was das jetzt genau bedeutet, darüber sprechen wir heute. Es wird mega interessant. Es gab aber auch schon einige Beschuldigungen, Androhungen ausgelöst durch einen YouTube-Kollegen und dazu möchte ich heute auch noch ein paar Worte sagen. Also, los geht's! Okay, wir haben jetzt mehrere Wochen an der Auswertung, aber auch der Lösung gearbeitet und ich werde euch das jetzt alles super offen und ehrlich zeigen, weil es auch mega spannend ist und ich, wie gesagt, finde Transparenz immer extrem wichtig und man auch eine Menge dabei lernt. Ich habe mir aktuell eine der effizientesten Klimaanlagen auf dem Markt eingebaut und heize damit. Also, Kanalabon nicht vergessen, um die Ergebnisse nicht zu verpassen, denn es ist tatsächlich sehr, sehr krass. Also, es geht jetzt auch darum, dass wir möglicherweise komplett ohne Öl auskommen und mal sehen, ob es klappt. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Ihr kennt bestimmt den Stecker-Solarrechner der HTW Berlin. Das ist echt ein schönes Teil, weil es super schnell ist, super einfach zu bedienen. Also, für Leute, die irgendwie ein Balkonkraftwerk haben wollen, ist das, glaube ich, eine relativ feine Sache, um da mal so ein bisschen abzuschätzen, was da eigentlich reinkommen wird. Und jetzt wollen wir mal die Ergebnisse zu unserem PV-Tool vergleichen und das ist interessant. Zieht euch das jetzt hier mal rein. Das sind die Jahreserträge einer 300-Watt-Balkonsolaranlage. Und zwar einmal mit dem Tool der HTW Berlin berechnet und einmal mit unserem Tool berechnet. Und ihr seht, selbst bei den Erträgen gibt es schon eine große Diskrepanz. Ziehen wir uns das Ganze nochmal für 600 Watt rein. Auch hier ist ein Unterschied zu sehen und unser Tool liegt hier deutlich höher. Und jetzt ist natürlich die mega Frage, woher kommt das? Schätzen wir jetzt immer zu hoch oder was ist da eigentlich los? Und der Grund dafür, das sind genau zwei Gründe. Der erste ist der Ort. Die HTW verwendet meteorologische Daten von Brandenburg. Das heißt, wenn ihr dort simuliert, kriegt ihr immer die Daten für Brandenburg. Bei uns kannst du es einstellen. Also wir können quasi einstellen, du kannst sagen, ich wohne hier und dann kriegst du auch die Ergebnisse für deinen Ort. Und das unterscheidet sich zumindest ein bisschen. Das macht aber jetzt nicht so wahnsinnig viel aus, dass es jetzt hier irgendwie einen riesen Unterschied machen würde. Also daher kommt es jetzt nur zum Bedingen. Der zweite Grund, und das ist viel, viel wichtiger, die Zeit. Um so eine Simulation zu machen, muss man tatsächlich die Wetterdaten eines Jahres nehmen und damit simulieren. Also das heißt, ich muss jetzt irgendein Jahr auswählen und dann sagen, ich nehme das jetzt einfach mal und simuliere das Ganze. So macht man das in der Regel. So und ihr seht jetzt hier, die HTW Berlin verwendet Daten aus 2017 und wir haben 2020 verwendet. Ja, also bei uns ist es allerdings einstellbar. Also ihr könnt bei uns einstellen, welches Jahr ihr eigentlich euch ansehen wollt. 2020 ist im Moment die Standardeinstellung, einfach weil es das höchste Jahr ist sozusagen. Also er sortiert einfach nach Zahl, deswegen ist es so weit oben. Checken wir doch einfach mal, wenn wir unser Tool auf 2017 stellen. Was kommt da raus? Ja, ihr seht, da kommt noch weniger raus als bei der HTW und das ist ja schon krass eigentlich. Und die Ergebnisse sind schon unterschiedlich. Und jetzt muss man sich fragen, was ist denn jetzt näher an der Realität? Witzigerweise ist es ungefähr die Mitte. Die HTW hat nämlich hier wirklich ein ganz besonders schlechtes Jahr gewählt und wir ein ganz besonders gutes. 2020 ist, wie gesagt, bei uns standardmäßig eingestellt und das ist auch gar keine Absicht oder so, sondern es ist einfach in der Liste ganz weit oben. Einfach weil er dann numerisch sortiert. Also darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Trotzdem denke ich mittlerweile, dass wir die Standardeinstellung ändern sollten, weil darüber denkt man in der Regel nicht nach. Und 2015 zum Beispiel ist ein gutes Jahr, was so relativ gut im Mittelfeld liegt. Das heißt, wir werden das umstellen auf das, also auf die Standardeinstellung. Die unterschiedlichen Erträge werden damit also erklärt und sind auch, glaube ich, so irgendwie glaubhaft. Aber was ist mit der Eigenverbrauchsquote? Denn da gibt es auch krasse Diskrepanzen und das ist ein bisschen komplizierter, aber ich bringe euch da durch und erkläre euch das. Also ihr seht jetzt dieses Bild. Okay, ist kompliziert. Was sehen wir hier? Die Eigenverbrauchsquote, also wie viel von dem selbst erzeugten Strom habe ich jetzt eigentlich auch selber genutzt und wie viel habe ich eingespeist? Also ich will jetzt wissen, wie viel von meinem PV-Strom habe ich selber genutzt und das ist die Eigenverbrauchsquote. Die ist total interessant, gerade für Balkonsolaranlagen. Weil ich natürlich für den eingespeisten Strom halt eben kein Geld kriege mit einer Balkonsolaranlage und das heißt, das ist dann interessant. Also wichtig zu wissen auch. So, in grün seht ihr jetzt wieder die 600 Watt Anlage mit 90 Grad Aufhängung und eine 300 Watt Balkonsolaranlage mit genau derselben Einstellung. Also 90 Grad Aufhängung irgendwo hier Mitte Deutschland und so haben wir das simuliert. Sondern jetzt seht ihr, bei der 600 Watt Anlage zum Beispiel kommen bei der HTW Berlin so circa 69% Eigenverbrauch raus und bei uns 98%. Okay, und das ist jetzt ein großer Unterschied und ich muss jetzt auch direkt sagen, 98% kommt einem jetzt wirklich sehr hoch vor. Das ist erstaunlich viel. Was jetzt hier mega spannend ist, bei großen Anlagen tritt das Problem eben nicht auf. Also zum Beispiel bei meiner Anlage, die relativ groß ist, da ist das alles tip top, da passen die Werte sehr, sehr gut. Aber ich erkläre gleich noch warum, das wird auch gleich klar. Also was ist da eigentlich los? So, das Problem ist relativ easy. Die Lösung für das Problem leider nicht, aber ich erkläre es euch und ich glaube, ich kann es auch so erklären, dass ihr da durchkommt. Also, ihr seht jetzt hier erstmal unsere persönliche, also meine Haushaltslast hier jetzt vom gestrigen Tag irgendwie über eine Stunde von 13 bis 14 Uhr. Ich habe jetzt die Wattzahl mal gerade extra weggelassen, weil es geht jetzt hier nicht darum, wie viel Watt wir konkret verbraucht haben. Sonst geht es um das Gezappel, das ihr da seht. Wie simulieren wir jetzt den Lastgang in unserem Tool? Und da haben wir nur so ein sogenanntes Standard-Lastprofil mit einer Stunde Auflösung. Also wir wissen, wie viel so ein typischer Haushalt über den Tag verteilt verbraucht. Also das gibt so ein Standard-Lastprofil an. Und ihr seht jetzt hier, dass in dem Standard-Lastprofil die Daten über den Tag verteilt super glatt sind, weil die immer nur eine Stunde darstellen. Und dazwischen wird es irgendwie so einfach durchgezogen. Und jetzt gucken wir nochmal in die eine Stunde rein. Also wir haben jetzt hier nochmal das Bild, also unseren Lastgang von unserem Haus hier von 13 bis 14 Uhr gestern. So, und dann seht ihr, dass das mega zappelt in der Stunde. Und zwar, das geht richtig hoch und runter. Ist auch klar, weil schmeiße ich mal den Wasserkocher an, dann bin ich irgendwie mal schnell bei 2-3 kW oder den Staubsauger oder noch mehrere Sachen. Dann kann das richtig hochschießen. Und dann geht es halt auch wieder runter. Und das geht natürlich nicht eine Stunde lang komplett. Deswegen sind diese großen Unterschiede. Bei einigen Geräten habe ich sogar einen Takt von Sekunden, wenn ich da irgendwas ganz Besonderes habe. Also gibt es auch ein paar, die sowas machen. So, unser PV-Tool sieht jetzt aber quasi nur diesen roten Balken, den ihr hier seht. Weil es kennt ja nur den Mittelwert für eine Stunde. Also da sieht es halt nur okay. Also so würde das das PV-Tool sehen. Und warum ist das so schlimm? So eine kleine Balkonsolaranlage kann ja nur zum Beispiel 600 Watt davon abdecken. Und ich habe das jetzt hier einfach mal exemplarisch als diesen roten Bereich da unten dargestellt. Also es sieht nur diesen super kleinen Teil. Und das sind jetzt hier wahrscheinlich nicht mal 10%. Also irgendwie, das ist ein sehr, sehr kleiner Bereich. Also das PV-Tool sieht jetzt aber nur diesen Mittelwert über die eine Stunde hier in blau dargestellt. Naja, und dann sieht er ja quasi nur diese rot schraffierte Fläche und diese blaue Linie. Und genau die setzt er dann auch ins Verhältnis und das ist dann der Eigenverbrauch, der da gemacht wird. Das heißt aber, dass diese ganzen Zappler, die ich da drin habe, die sind einfach da raus. Und das ist ein Problem. Dadurch kommt dieser große Fehler zustande. Also was man halt einfach nicht sieht, das sind halt die Punkte, die einmal stark drüber sind, aber auch drunter sind. Also ich sehe halt wirklich nicht, wenn das Balkonkraftwerk das eben nicht schafft oder, ne, also egal was es ist, zu viel oder zu wenig. Beides kann ich eigentlich nicht sehen hier in dem Fall. Und mathematisch gesprochen liegt das Ganze daran, dass die Operationen in diesem Fall für einen 1-Stunden-Mittelwert, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt einen 10-Sekunden-Wert hätte, also viel, viel feiner aufgelöst als jetzt, die wären sogar austauschbar, also kommutativ. Ne, also A plus B ist gleich B plus A und das wäre hier in dem Fall sogar sehr ähnlich. Und damit wäre das eigentlich scheißegal, ob 10 Sekunden oder eine Stunde, also von der zeitlichen Auflösung. Aber, und das ist das Problem, durch die physikalische Begrenzung des Wechselrichters habe ich jetzt ein Maximum in der Funktion. Ne, einfach weil der physikalisch nicht mehr kann als zum Beispiel die 600 Watt. So ein Maximum, das ist dann halt nicht linear. Und damit ist das eben nicht mehr austauschbar zwischen 10 Sekunden und einer Stunde so. Und das ist das Problem. Also es ist nicht mehr kommutativ und deswegen kann ich das so nicht mehr machen. Scheißegal, wie lösen wir jetzt den Rotz? Egal wie ich es drehe und wende, ich kenne nur die 1-Stunden-Daten und selbst wenn ich die für einen Haushalt hätte, also höher aufgelöst, wäre das auf keinen Fall allgemeingültig. Und das ist halt echt Dreck. Ich kann nicht einfach sagen, hey, ich switche auf 10 Sekunden und alles ist super. So funktioniert das leider nicht. Okay, also wie lösen wir den ganzen Kram? Und daran haben wir eine Weile überlegt. Und die Lösung ist diese schicke Tabelle, die ich erzeugt habe. So, was zum Geier ist das schon wieder? Das ist eine Art von Übersetzungstabelle. Also auf der Y-Achse seht ihr jetzt hier den 1-Stunden-Mittelwert. Ja, also genau das, was unser PV-Tool auch kennt. Zum Beispiel, wenn da 600 steht, heißt das 600 Watt über eine Stunde im Mittel. Und wer weiß aber auch nicht. Oder jetzt hier markieren wir mal die 400 Watt über eine Stunde. Und wenn ich dann jetzt diese Zeile mir genau ansehe, also nur diese 400 Watt-Zeile, dann bedeutet die X-Achse, wie oft zum Beispiel 50 Watt in dieser einen Stunde vorgekommen sind. Also das kann ich dann tatsächlich auswerten, ja, aus bekannten Daten, die ich mir irgendwie angesehen habe. Also dann sehen wir zum Beispiel, dass bei 400 Watt die 400 Watt besonders oft vorkommen. Das macht auch total Sinn. Also klingt logisch, ne, deswegen auch diese diagonale Linie, die ihr da seht, weil die Last selber kommt natürlich sehr häufig vor. Das kann aber trotzdem sein, dass ich innerhalb dieser Stunde auch mal was drunter oder was drüber bin. Und genau das ist die Information, die uns bisher fehlt. Also ganz einfach gesprochen, man kann damit jetzt quasi diese 1-Stunden-Mittelwerte in 10 Sekunden sozusagen umrechnen. Und genau das brauchen wir. Mathematisch gesehen handelt es sich jetzt hier um ganz viele wahrscheinlichkeitsdichte Funktionen. Und das ist jetzt hier aber auch eigentlich gar nicht so wichtig, vielleicht für die Nerds unter euch. So, und um diese Tabelle zu erzeugen, habe ich 60 Millionen Lastdaten aus verschiedenen Haushalten ausgewertet und damit diese Matrix erzeugt und entsprechend aufbereitet und so weiter. Die Daten dafür, die habe ich aus diesem Nature Paper. Okay, ich hoffe, das war jetzt noch halbwegs nachvollziehbar, aber ihr seht, wie scheiß kompliziert das ist, ne. Die HTW macht es ein bisschen anders. Leider funktioniert deren Weg für uns leider nicht, weil der sehr stark auf Balkonkraftwerke ausgelegt ist und wir auch große Anlagen berechnen wollen und weil wir auch noch bei uns eigene Lastgänge eingeben können. Also wir müssen nicht dieses Standard-Lastprofil, sondern ihr könnt auch wirklich euer Haushaltsprofil, wenn ihr das denn kennt, dort eingeben und dann echt komplett wirklich euren Haushalt direkt berechnen. Und deswegen sind wir mit der Lösung, mit dieser Tabelle halt mega glücklich, weil die deckt wirklich einfach alles ab. Und das ist echt eine feine Sache, aber ihr habt ja gesehen, es ist auch nicht mal eben so gemacht. Aktuell bauen wir das ganze PV-Tool um, integrieren noch die Wechselrichterkennlinien, also auch das bauen wir noch ein und haben zumindest Anlagen ohne Akku bereits integriert, also in so einer Beta-Version, die funktioniert auch mit Akkus. Das Ganze ist noch ein bisschen komplizierter, da sind wir jetzt aktuell dran. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht veröffentlicht, aber es kann gut sein, wenn das Video jetzt hier released wurde, dass es bereits veröffentlicht ist. Das seht ihr aber dann auf akkudoktor.net, da werde ich auch eine Meldung bringen. Also direkt auf der Startseite werde ich hier sehen, okay, neues PV-Tool. Ja, es tut mir auf richtig leid, aber das war selbstverständlich keine Absicht. Und ich habe auch gar kein Problem damit, so einen Fehler zuzugeben und auch zu erklären, denn irgendwie ist sowas ja auch total spannend und man lernt sehr viel dabei. Aber ihr habt ja auch gesehen, wie komplex die ganze Lösung war und so weiter. Sowas macht man halt nicht mal eben. So eine Frage, die ich noch beantworten möchte, warum ist uns das nicht eigentlich früher schon aufgefallen? Das sind tatsächlich drei Gründe. Der erste ist, es ist schon früher aufgefallen, aber wir haben den Fehler unterschätzt. Warum? Das ist dann auch der zweite Grund quasi, weil wir mit unseren großen Anlagen getestet haben. Also natürlich haben wir immer unsere Anlagen als Referenz genommen und das sind keine Balkonkraftwerke, die sind viel größer. Und da ist der Fehler dann praktisch bei null, weil ein großer Wechselrichter halt eben fast alles abdecken kann. Das heißt, er hat diese Probleme überhaupt nicht. Und der dritte Punkt ist, einfach weil die Lösung saukompliziert war. Selbst nachdem uns das dann aufgefallen ist und uns klar wurde, dass da ein Fehler herrscht, habt ihr ja gesehen, wie aufwendig die Lösung war. Und das ist vor allem neben der Arbeit und mit zwei Kindern und so weiter nicht mal eben gemacht. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass das Tool, das machen wir in unserer Freizeit, das kostet nichts, nicht mal Werbung auf der Seite und so weiter. Also von daher hatten wir hier eigentlich jetzt so schnell gehandelt, wie es uns eigentlich möglich war. Wichtig ist aber vielleicht noch zu erwähnen, dass dieses Video hier, das ich gemacht habe, das würde ich, glaube ich, noch mal wiederholen. Ich glaube, ich würde es auch insgesamt noch mal ein bisschen mehr erklären, vielleicht noch mal bei 800 Watt machen, weil die bald kommen. Das macht die ganze Sache noch mal viel spannender. Ich bin auch immer noch total überzeugt davon, dass das eine sehr, sehr gute Lösung ist. Es gibt aber auch DIY-Lösungen. Das könnte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr erwähnen, die eigentlich auch finanziell viel spannender sind. Ich bin mir aber unsicher, ob es wirklich sinnvoll ist. Was haltet ihr es für sinnvoll, soll ich es noch mal machen? So ein bisschen mehr ausholen da auch, noch mal alles neu erklären und so. Wenn ja, dann schreibt bitte kurz einen Kommentar und dann mache ich das super gerne. Ja, es gab leider auch noch einen sehr unschönen Punkt. Und zwar gab es Influencer, die ja irgendwelche Reaction-Videos darüber gedreht haben. Und halt klar kann man machen, ist jetzt grundsätzlich gar nicht so schlimm. Besonders, wenn die Kritik berechtigt ist. Und das war sie auch, das muss man ja sagen. Wobei der Beitrag, von dem ich jetzt hier spreche, fachlich, sagen wir mal, auf eher dünnem Eis stand. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Im Großen und Ganzen muss man eigentlich sagen, es war eine berechtigte Kritik. Aber warum stört mich das dann? Was ist mein Problem damit? Weil, wie gesagt, normalerweise sind mir so Reaction-Videos eigentlich scheißegal. Ganz einfach. Das ganze Tool, was wir hier haben, ist ein Open-Source-Tool. Also helft gefälligst mit. Wir, das bin ich, Nick und Georg, das sind wirklich drei Leute quasi. Wir machen das nebenbei in unserer Freizeit und wir bekommen nichts dafür. Also höchstens euren finanziellen Support. Aber der ist freiwillig und wir würden es auch ohne tun. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ich schreibe abends mit den beiden. Das ist wirklich so in WhatsApp oder so. Wir diskutieren irgendwie so ein bisschen. Und das halt alles immer zwischen dem Zu-Bett-Bringen meiner Kids, meinem Job als Wissenschaftler und so weiter. Und bei den anderen beiden sieht es auch nicht besser aus. Das ist halt alles immer irgendwie zwischendurch. Wir machen es echt gerne, auch mit Spaß und so weiter. Aber es ist halt auch hart und stressig. Und dann irgendwann zwischendurch erzeuge ich dann halt diese Scheiß-Tabelle, die ihr eben gesehen habt. Und das habt ihr auch gesehen, wie kompliziert das ist. Nick-Coded dann das Ganze ins Tool rein. Dann funktioniert das nicht und was weiß ich nicht alles. Also es ist halt echt eine ekelhafte Arbeit so auch ein bisschen. Die frustriert auch manchmal. Und bei dem ganzen Scheiß vergehen halt echt Wochen, wenn nicht Monate. Also es dauert halt einfach, weil wir das nicht Vollzeit machen. Und jetzt ist es halt so, dass dieses Tool ist eben Open Source. Also jeder, der will, kann auch mitmachen und helfen. Und wir werden vorher zwar gerne gefragt, also weil wir die Leute aussuchen möchten, die mithelfen wollen. Aber grundsätzlich sind wir da komplett offen und hatten auch schon des Öfteren Hilfe, gerade am Anfang. So, und so ein Reaction-Video hat Konsequenzen. Was viele von euch nicht wissen, nach so einem Beitrag kommen dann auch einfach krasse Beschuldigungen. Also es kamen auch die wildesten Beschuldigungen, Beschimpfungen und so weiter bei mir an. Ich wäre gekauft und wir hätten ja nur Lügen und was weiß ich. Es war wirklich tief verletzende Mails, ja. Und das trifft uns wirklich unfassbar, weil ich, Nick und Georg reißen uns einfach den Arsch auf. Und ich gebe mir alle Mühe, alles Transparenz zu gestalten. Und ich stelle mich ja jetzt auch hier hin und entschuldige mich sogar bei euch. Und das habe ich schon mal gemacht, als es einen Fehler gab. Und ich lehne jegliches Geld von Firmen, Herstellern und so weiter alles ab. Da könnt ihr auch gerne bei denen nachfragen, wenn ihr mir das nicht glaubt. Und verdammte Scheiße, ich wäre vermutlich reich, hätte ich den ganzen... Scheiß einfach mitgemacht, ja. Also mich hat sogar letztens noch ein Hersteller gefragt, warum ich das nicht eigentlich tue. Dann hättest du doch jetzt Ruhe. So, und das geht alles klar für mich. Ich mache es sogar gerne. Aber eine Sache ist mir dann schon wichtig. Ich möchte nicht zu Unrecht beschuldigt werden. Dass meine Grenze einfach erreicht. Und das ist hier passiert. Und das wurde durch dieses Video ausgelöst. Und das finde ich scheiße, ganz ehrlich. Also stattdessen, Leute, meldet euch einfach, wenn ihr was habt. Helft mit. Und dann könnt ihr auch mein Lob genießen. Denn jeder, der konstruktiv mitarbeitet, kann sich sicher sein, dass ich hier vom Herzen unterstütze und auch gebührend erwähnen werde. Denn Leute, die mit anpacken, die respektiere ich wirklich sehr. Ja, aber scheiß drauf. Lassen wir es jetzt auf sich beruhen. Ich denke, jetzt haben wir die Kiste durch. Und vielleicht kann man ja in Zukunft auch nochmal konstruktiv was machen. Würde mich freuen. Aber das musste ich einfach nochmal loswerden. Tut mir leid. Aber das lag mir jetzt einfach echt nochmal am Herzen. Und deswegen lassen wir es jetzt aber. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.